Valentinstag? Was? Wo kommt dieser Tag her? Eigentlich halte ich nicht viel vom Valentinstag. Die Geste ist es, glaube ich, egal was es ist. Gut, das ist jetzt nicht Geschirrspüler ausräumen, aber ganz random. Einfach irgendwann mal zum Beispiel einen Blumenstrauß mitbringen. Ich freue mich, wenn ich Buch kriege am Dienstag, aber ich habe noch nie was gemacht für meinen Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Romantiker bin. Du bist schon ein Romantiker. Ich kenne dich, ich weiß es gar nicht genau. Ich fürchte, ich bin nicht der größte Romantiker. Ich finde es toll. Wenn ich es in Filmen sehe, dann finde ich es auch total toll. Aber sehr zum Leidwesen meiner Frau bin ich, glaube ich, nicht der größte Romantiker. Ich finde, es ist so ein Tag, da geht es echt viel um Geld und so. Und so einen Konsum-Tag und von der Wirtschaft irgendwie aus dem Leben gerufen. Ich weiß nicht, ich, nee. Doch, du hast schon mal einen Wellness-Tag ausgegeben? Ja, ich glaube, wir waren zusammen in einem Wellness, in so einem Spa-Bereich. Da waren dann auch so 100 Rosenblätter und Champagner und so. Verarscht. Ja, doch. Ich verarsche. Als ob da Rosenblätter waren. Doch, da waren Rosenblätter. Wenn man so reinkam, ist Kerzen und so. Kein Romantiker-Game. Ja, das habe ich gemacht, ja. Ich glaube, das war so das wirklich romantische Stück. Bitte sag mir jetzt, dass die Rosenblätter von dir waren. Nein, nein, die habe ich dazu gebucht. You had one job. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken.